Hey, herzlich willkommen in dem Hardcore Academy Podcast. Mein Name ist Niki Taschew und ich darf dir hiermit offiziell die Hardcore Academy vorstellen und in dieser Podcast-Serie von unserem Schulungs- und Mentorship-Programm wirst du viele praktische Tipps erhalten, wie du ein Business, ein unternehmerisches Denken, sowie vertriebliche Fähigkeiten und vieles mehr an den Tag legen kannst, um dein Leben und deine berufliche Laufbahn einfach zu verbessern und weiterzuentwickeln. Zuallererst möchte ich dir überhaupt vorstellen, was die Hardcore Academy ist und zwar haben wir die Hardcore Academy gemeinsam mit zwei meiner besten Freunde, Andreas Vesonik und Momo Karasu als Konzept entworfen, da wir ein damaliges Vertriebsteam, was jetzt immer noch Aktives und Großartiges leistet, das sogenannte Team Hardcore, was wir in die Welt gesetzt haben und dieses Team wollten wir damals schulen. Das bedeutet, wir haben uns einfach überlegt, okay, wie können wir unsere Vertriebler möglichst kostengünstig, möglichst effizient schulen, wie können wir ein System entwickeln, wo wir keine externen, kostenpflichtigen oder teuren Trainer benötigen, was können wir selber dafür machen. Und so ist die Idee der Hardcore Academy entstanden, in der wir einfach gesagt haben, okay, in allererster Linie geben wir Leader, wir Führungskräfte unser Wissen an unsere Teampartner, an unsere Kollegen weiter. Und aus dieser klitzekleinen Idee ist mittlerweile eine Coaching-Firma, eine Coaching-Unternehmung geworden, die gerade ihre eigene App aufsetzt, ihr eigenes Backend demnächst lautschen wird mit Online-Programmen, mit großen Events im deutschsprachigen Raum, mit kleinen Mentorship, Inner Circle Trainings und vielem anderen. Und dazu werden wir dir in den kommenden Podcasts noch Wissen und News geben, aber das einfach zur Geschichte der Hardcore Academy und so haben wir eben bereits im Mai diesen Jahres ein tolles, großartiges Schulungsevent mit über 150 Leuten durchleben dürfen. Ein Raum, der komplett voll war, jetzt im September erwarten wir 200, 300 Leute und es ist einfach, es macht einfach Spaß und ist faszinierend. Und eben, wir wollen unserer Community und einen Teil unserer Zuhörer, die hier eben auch auf dem Podcast drauf sind, Wissen, Content mitgeben und sind einfach motiviert, euch da auf das nächste Level zu bringen. Und wir sind Leute aus der Praxis, das heißt, ich sage immer, wir sind die Straßenjungs, die Leute, die hunderte an Kilometer für den Vertrieb gefahren sind, tausende von Videos, von Postings, von Content auf den Social Media Plattformen geliefert haben und einfach wissen, von was sie reden. Und mir ist das immer wichtig, wenn ich jemandem etwas weitergebe, dann muss ich das selber durchlebt haben. Ich muss selber diese Erfahrung, dieses Wissen haben, denn ich kann nicht etwas erzählen, was ich nicht gemacht habe. Vielleicht kennt ihr dieses berühmte Zitat von Gandhi oder diese kleine Geschichte, die besagt, dass eines Tages eine Mutter mit ihrem Kind bei Gandhi war und sie hat gesagt, hey, das Kind, das ist viel zu viel Zucker und das wird irgendwann krank werden. Und Gandhi hat schlussendlich einfach nur darauf geantwortet, hat das Kind angesehen und dann geantwortet, kommen Sie in zwei Wochen wieder. Und die Mutter hat gesagt, ja, warum in zwei Wochen, warum nicht jetzt, können Sie dem Kind nicht helfen, kommen Sie in zwei Wochen wieder, sagte Gandhi. Und schlussendlich kam die Mutter dann zwei Wochen später mit ihrem Kind wieder, dass sie wieder viel Zucker gegessen hatte und Gandhi sagte dem Kind, hör auf, Zucker zu konsumieren. Und das Kind hörte dann tatsächlich auf und die Mutter war ganz erstaunt und hat gesagt, hey, wie haben Sie das gemacht? Und Gandhi hat dann schlussendlich erwidert, vor zwei Wochen habe ich selbst noch Zucker konsumiert und ich kann ihrem Kind nicht etwas sagen, was ich selbst tue. Das bedeutet, lehre und teache Leuten nur das, was du selber durchlebt hast und sei ein Vorbild, nicht durch Worte, sondern durch deine Taten. Das ist der erste Ratschlag, den ich dir heute mit auf den Weg geben darf und im heutigen Podcast werden wir allgemein kurz über Mentoren, über Teaching sprechen. Und zwar ist es extrem wichtig, wenn du in deinem Leben Leadership aufbauen willst, egal in welcher Branche, in welcher unternehmerischen Tätigkeit du bist, wenn du Leadership auch privat aufbauen willst, eine große Freundespace erreichen willst, vielleicht in deinem Verein erfolgreich sein willst oder eben in der Führungsetage, in deinem Job oder in deinem Startup-Unternehmen, wo du CMO oder CTO oder wie auch immer bist, dann musst du selber Führungsqualitäten aufbauen. Und diese Führungsqualitäten baust du auf, indem du vor allem nicht nur an deinen Fähigkeiten, sondern auch an deiner Persönlichkeit arbeitest, weil das eine ist, ein gutes Produkt zu haben, das heißt, das eine ist, dass du ein guter, erfolgreicher, motivierter Mensch bist, aber wenn du dieses Produkt nicht verkaufen kannst, dann wirst du niemals erfolgreich werden. Das bedeutet schlussendlich, dass du dich selber mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Leadership nach außen ausstrahlen musst, du musst extrovertiert werden, du musst diese Fähigkeiten und diese Aura nach außen preisgeben, dass du richtig erfolgreich werden kannst. Prinzipien aus dem Leadership beginnen so, ich möchte bewusst heute nicht großartig aus Büchern zitieren und irgendwelche Formeln wiederkauen, deswegen habe ich jetzt auch keine Bücher oder Notizen hier großartig gemacht, sondern ich will einfach praxisbasiertes Wissen weitergeben. Und zwar dieses Beispiel, was ich vorher mit Gandhi genannt habe, das musst du auch mit deinen Leuten umsetzen. Das heißt, sofern du erfolgreich werden willst, das ist das zweite große Prinzip, das ich dir heute mitgeben will, da musst du kommunikativ sein, du musst freundlich sein, du musst anderen Menschen ihre Lasten, ihre Probleme abnehmen. Du hast zwei Ohren und einen Mund, das bedeutet, du musst doppelt so viel zuhören wie reden und du musst wirklich Probleme, Herausforderungen von anderen Menschen lösen, dass du selber erfolgreich werden kannst. Und das ist das zweite große Prinzip, was ich dir heute an den Tag legen will und zwar, kein Mensch, der richtig erfolgreich ist, ist selbst im Alleingang erfolgreich geworden. Jeder erfolgreiche Mensch hat ein großes Netzwerk hinter sich stehen. Als Beispiel, Michael Jackson verkauft nach seinem Tod mehr Platten als davor. Wie geht das? Weil ein Fan-Netzwerk da ist, das weiterhin Produkte kauft. Ich habe dann letztens mal bei einem Seminar die Frage gestellt, kennt jemand Leute, die ohne Netzwerk erfolgreich geworden sind? Dann hat jemand gesagt, ein Goldgräber, denn er gräbt nur das Gold aus dem Boden und hat dann sofort diesen Wert. Aber auch dieses Gold wäre ohne ein Kunden- oder Verkaufsnetzwerk nichts wert, denn gegenüber von dem Gold stehen Leute, die Geld für dieses Gold bezahlen. Ähnlich bei Fußballern. Leute fragen sich, warum sind Fußballer so erfolgreich? Weil ein riesiges Fan-Netzwerk, eine riesige Maschinerie an Unternehmen und Produkten und Marketing dahinter steckt. Und jeder erfolgreiche Mensch baut sich so ein Netzwerk. Aber bevor das Netzwerk so riesengroß ist, musst du dir die Frage stellen, okay, wie fange ich an, mein Team, mein Netzwerk aufzubauen? Denn was niemals passieren wird, ist, dass über Nacht der Erfolg kommt. Und es kann sein, dass er mal über Nacht kommt, aber wenn Erfolg plötzlich kommt, dann ist das immer das Resultat einer kontinuierlichen Arbeit in Richtung von einem dir würdigen Ziel. Das bedeutet, wenn Erfolg kommt, dann hast du hart dafür gearbeitet. Und jetzt ist die Frage, wie fängst du an, dein Netzwerk und dein Team aufzubauen? Und da ist mein Tipp an dich, egal, ob es im Beruflichen, im Privaten oder sonst wo ist, wenn du nicht mit Leuten arbeitest oder wenn du nicht in einem Kern bist, in dem du sein möchtest, dann hör jetzt auf. Es ist keine Aufforderung, etwas komplett in deinem Leben umzumünzen, aber die größte Bremse von Erfolg und von einem funktionierenden Team ist es, wenn du mit Menschen arbeitest, wo die Chemie nicht gut ist, wo es nicht funktioniert. Und stell dir keine negativen Fragen, hey, warum passt es bei mir nicht, warum bin ich gerade jetzt in dem Job, wo ich unglücklich bin, sondern stell dir positive Fragen. Probier das zu beeinflussen, was du beeinflussen kannst. Und zwar, wie kann ich bessere, motiviertere Menschen in mein Leben ziehen? Wie kann ich Freunde bekommen, die gemeinsam mit mir an einem Strang ziehen? Wie kann ich so welche Business-Kontakte aufbauen, mit denen ich auch mir vorstellen könnte, in den Urlaub zu fahren? Diese Fragen solltest du dir stellen. Und zuallererst musst du jetzt hier nochmal ein drittes Prinzip, was ich dir heute in dem Podcast mit auf den Weg geben will, verinnerlichen. Und zwar ist das das Prinzip des Durchschnitts deiner engsten Freunde oder deiner Umwelt und deinen Mitmenschen. Und zwar besagt dieses Prinzip, dass du der Durchschnitt der fünf Leute bist, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das heißt, du bist der Durchschnitt deiner fünf engsten Freunde, was die finanzielle Situation betrifft, was deine Persönlichkeit betrifft, was einige Charaktereigenschaften betrifft, was deine Hobbys betrifft, deine Denkensmuster. Du bist von all diesen Sachen im kleinsten Detail der Durchschnitt. Und wenn du dir jetzt kurz verinnerlichst und kurz darüber nachdenkst, denk kurz über deine fünf Kontakte oder deine fünf Freunde und Kollegen nach, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und du wirst feststellen, dass du bei einigen Sachen besser bist, bei einigen schlechter in deiner Auffassung, aber dennoch wirst du ungefähr in diesem Schnitt sein. Und im Umkehrschluss bedeutet das für dich, wenn du ein Team aufbauen willst, dann musst du dich verbessern, damit du diesen kompletten Durchschnitt anhebst sozusagen. Aber gleichzeitig, das ist jetzt ein Widerspruch, aber man muss an beiden Ecken von beiden Seiten hier arbeiten, musst du schauen, dass du nach Menschen suchst, die das haben, was du willst. Wenn du Millionär sein möchtest, dann musst du nach Menschen suchen, die Millionen haben und dich mit denen vernetzen, denn die können dir zeigen, wie das geht. Wenn du 30 Kilo abnehmen möchtest, dann solltest du zu dem Menschen gehen, der ein Sixpack hat und jeden Tag im Fitnessstudio ist und nicht zu dem Menschen, der jetzt im letzten Urlaub 10 Kilo zugenommen hat. Das muss dir klar sein im Leben und so kannst du qualitativ wertvolle Menschen, Persönlichkeiten, Kontakte aufbauen. Und zurück nochmal kurz zu der anderen Seite und zwar, wie du den Schnitt anhebst. Und das ist das vierte Prinzip, was ich dir heute mitgeben will auf den Weg und das ist für mich das wichtigste Prinzip, nachdem ich mein Leadership, meine Struktur und mein Leben aufbaue. Und zwar fällt und wächst alles mit dir in deinem Unternehmen, in deinem Vertrieb, in deinem Leben, in deinem Körper. Alles fällt und wächst nur mit dir. Das heißt, du musst Verantwortung für deine Taten, deine Gedanken, deine Persönlichkeit entwickeln und diese Verantwortung übernimmst du, indem du dir einen anderen Input gibst. Das heißt, indem du deine Gewohnheiten veränderst, indem du dir Wissen reinpumpst, was du davor nicht reingeführt hast. Das bedeutet, wenn du bislang nur Fernsehen geschaut hast, ein Extrembeispiel, und jetzt auf einmal, jeden Tag, ein paar Seiten von einem Buch liest, glaubst du dann, deine Denkensmuster, deine Gedanken, deine Gewohnheiten, deine Handlungsarten werden sich verändern. Ja, definitiv. Und deswegen musst du anfangen, an deinem Input, das heißt, alles, was du reinbekommst, an Menschen, an, an, was du siehst jeden Tag, was du hörst, was du erlebst, das musst du verändern. Und dann wird deine Persönlichkeit in Richtung deiner Ziele wachsen. Und jetzt kommt das vierte Prinzip, was ich so liebe, und das ist der folgende Spruch, If the water rises, so do the boats. Das heißt, wenn der Wasserpegel anhebt, steigen alle Boote mit, und du musst dir vorstellen, du bist der Wasserpegel in deinem Leben. Das heißt, wenn du ansteigst, mit deiner Persönlichkeit, deinen Gefühlen, deiner Energie, wie viel Energie strahlst du nach außen, dann wird der Wasserpegel anheben, und mit dem Wasserpegel heben alle Boote mit an. Menschen warten den ganzen Tag, dass sich etwas in ihrem Umfeld verändert. Hey, wann kann sich mal die Regierung verändern? Wann kann sich die Politik verändern? Wann kann sich unser Bildungswesen verändern? Anstatt sich selbst zu verändern, be the change you want to see on earth. Sei du die Veränderung, die du in dieser Welt leben willst. Das hat ein sehr guter Freund von mir auf dem Arm tätowiert. Und dann wirst du den Pegel anheben. Und plötzlich passiert folgendes, Menschen um dich rum haben neue Energie, haben neue Motivation, spüren deine Power und wollen an deiner Vision mitziehen. Und vielleicht kennt ihr auch diesen Spruch, wenn du willst, dass Menschen ein Boot bauen, dann lehre ihnen nicht Holz hacken, das Holz im Wald suchen und so weiter, sondern lehre ihnen die Vision vom großen, weiten Meer. Und genau so ist es in deiner unternehmerischen Tätigkeit. Du kannst Leuten Skills zu Verkauf, Vertrieb, Mindset und so weiter mitgeben. Aber wenn diese Menschen nicht das große Bild am Ende vom Tunnel sehen, diese große eine Vision, die du hast in deinem Kopf und jetzt materialisieren willst, in die Welt umsetzen willst, dann wirst du kein gutes Leadership aufbauen können. Deswegen der wichtigste Tipp, den ich dir heute in diesem ersten Hardcore Academy Podcast mitgeben kann, ist, dass du Leadership brauchst. Du musst eine Führungskraft in dieser Welt werden, nicht nur beruflich, sondern privat mit deinem Charakter. Du musst es leben, du musst es fühlen. Und dann wirst du in allen Bereichen stärker werden, besser werden. Du wirst sehen, wenn du dich anfängst zu verändern, wird sich automatisch der Kosmos, die Umwelt um dich herum verändern. Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Prinzip, das ich dir eben mit auf den Weg geben will. Denn Leute sprechen immer im Vertrieb, im Verkauf, in ihrer Tätigkeit, im Startup von Fokus. Hey, ich habe voll den Fokus auf dieses Unternehmen gerade, auf diese Tätigkeit und deswegen vernachlässige gerade den Sport oder ich vernachlässige meinen Schlafrhythmus oder ich vernachlässige dies und jenes, weil ich den Fokus auf diese eine große Sache habe. Und ja, es ist eine gute Einstellung, aber jetzt kommt das Aber und das ist das fünfte und letzte Prinzip, was ich dir in diesem Podcast heute mit auf den Weg geben will und zwar How you do anything is how you do everything. Das heißt, so wie du die Dinge im Kleinen machst, machst du sie auch im Großen. Und es ist ein schmaler Grad zwischen ja, ich setze den Fokus und bin nur in dieser einen Sache drin und zwischen ich setze den Fokus, weil ich zu faul für die anderen Dinge bin. Und das Wichtigste ist, wenn du fokussiert bist und Momentum in einer Tätigkeit, in diesem einen Ziel, in diesem einen Traum, den du hast, setzen willst, dann darfst du aber auf gar keinen Fall von deinem Energielevel runtergehen. Das heißt, wenn du unternehmerisch Power geben willst, wenn du neue Umsätze, neue Resultate, ein neues Team generieren willst, dann solltest du auf gar keinen Fall mit dem aufhören, was du bis jetzt dir an Gewohnheiten und an Skills aufgebaut hast. Beispiel, du sagst jetzt, ich will Power geben und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und deswegen habe ich 8 Kilo abgenommen, war nur noch zu Hause, habe nicht mal mehr geduscht, habe nur noch Skype Calls, Meetings, Business Termine und was ist dann passiert? Mein Körper hat abgebaut und ich habe mich schlechter gefühlt und weil ich dieses eine Ding, dieses eine Nahrung, Business, also Nahrung, Sport und diesen Ausgleich vernachlässigt habe, habe ich kurzzeitig mich mehr auf mein Geschäft fokussiert. Aber mittel- und langfristig ist folgendes passiert, erstens einmal hat mir der Sport gefehlt und zweitens einmal habe ich mich immer kraftloser gefühlt und diese Entkräftigung habe ich dann in mein Business übertragen und war teilweise bei manchen Dingen nicht mehr so fit und mit so viel Elan drinnen und deswegen mein letzter Tipp an dich heute wenn du jetzt rausgehst und sagst okay ich habe dieses eine Ziel das ich erreichen will stell dir dieses Ziel jetzt ganz genau visuell vor deiner Stirn vor deinem geistigen Auge jetzt vor und du siehst dieses Ziel dann sei dir bewusst dass dieses Ziel nicht nur mit dieser einfachlichen Kompetenz klar geht in die du hunderte tausende von Stunden investierst ein guter Verkäufer ein guter Vertriebler ein guter Online Marketer ein guter Sportler zu werden dieses eine Ziel dann vernachlässige bitte nicht das was du dir bislang aufgebaut hast in deiner Persönlichkeit sportlich zu sein aktiv zu sein oder gewisse Gewohnheiten zu haben die positiv sind sondern wachse als Ganzes zu diesem Ziel mit du wirst feststellen wenn du als Ganzes zu diesem Ziel hinwächst werden dich kurzfristig vielleicht einige Menschen um dich rum überholen und du wirst dich wieder negativ fragen warum passiert das mir warum ist der schon dort und ich nicht warum hab ich diese Struggles aber mittel und langfristig über die nächsten Jahre und es geht schneller als du denkst wirst du sehen dass etwas passiert ist und zwar bist du als ganzes Individuum kompakt nach vorne gekommen und das macht dich authentisch und das ist dann der Unterschied zwischen einem normalen Unternehmer und einem Visionär einer Legende jemanden den man nach seinem Tod nicht vergisst und diese Prinzipien möchte ich dass du sie heute verinnerlichst denn ich habe mir dieses Wissen in den letzten Jahren draußen auf der Straße im Vertrieb im Verkauf knallhart aufbauen müssen und ich habe mir das kreuz und quer von hunderten von Büchern Videos Mentoren und verschiedensten Dingen mitgegeben aber das sind meine wertvollsten Golden Nuggets die du auch speziell in Praxis Beispielen bei uns auf den Seminaren oder Online Kursen in der Hardcore Academy bekommst denn ich kann auch wenn ich jetzt hier drei Stunden reden würde in einem Podcast nicht das zusammenfassen was ich live erlebt habe und was ich auch gespürt habe deswegen möchte ich dir das einfach kurz als Impuls mitgeben und das wichtigste ist bleib motiviert sei motiviert und auch wenn du jetzt in einer schwierigen Phase bist dann hör nicht in der schwierigen Phase musst du noch mehr durchziehen wie in einer guten Phase denn da musst du dich erstmal rausziehen das heißt du musst jetzt so denken oder ich denke mir das immer so in meinem Kopf wenn ich gerade ganz unten bin und eine richtig schlechte Phase habe dann ist es folgendes wie an der Börse wie bei Aktien wie bei allem in der Welt nach einem up kommt ein down und nach einem down kommt ein up so wie ein Kurs der ständig nach oben und unten verläuft und wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist wo du ganz unten bist dann kannst du sagen okay ich kann noch etwas nach unten aber dann habe ich den Boden angelangt dann bin ich auf rock bottom das heißt von dort weg kann es nur noch besser werden und jetzt musst du mit voller Energie in diese grüne Kurve nach oben rein fahren und du wirst Momentum spüren und jetzt kommt wenn du ganz oben angekommen bist oder jetzt gerade sagst aber mir geht es doch gut du bist auf dieser grünen kerze du reitest auf dieser riesen Welle und du bist ganz oben dann solltest du verdammt aufpassen und du solltest dir bewusst machen dass nach einem Up immer eine Korrektur eine Down Phase auch in deinem Leben kommen wird das heißt sei bereit für Struggles für Schwierigkeiten für Hindernisse Herausforderungen sei dankbar für diese Herausforderungen denn nur damit wirst du in den ekligen Phasen in den schwierigen Phasen eine Führungskraft eine Legende und damit alle Hürden meistern mit mehr Erfahrung mit mehr Fähigkeiten mit mehr Härte herausgehen und wirst immer weiter auf deine Kurve nach oben wachsen und ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Wachstum in den nächsten Podcast werden wir auf spezifische Thematiken der Persönlichkeitsentwicklung speziell Vertrieb Verkauf Online Marketing Skills von A bis Z alles abdecken aber ich will dich einfach hiermit begeistern für den ersten Podcast mit all meinen wertvollsten Prinzipien die ich dir heute einfach raushau denn nach diesem lebe ich und ich liebe es so zu leben und ich liebe es andere Menschen dafür zu begeistern wünsche dir massiven Erfolg viel Spaß mit dem nächsten Hardcore Academy Podcast wir sehen uns in den kommenden Tagen und Wochen in dem nächsten Podcast bis dahin euer Nikita Chef Hardcore Academy Let's Rock